ja ein wunderschönen guten morgen hier ist wieder euer Pepser ich bin jetzt noch in Storko aber gleich auf dem Weg zur Bremer Brücke VfL Osnabrück gegen Erzgebirge Aue dritte Liga mit meinen Storkoer Stahlhüpfern ich freue mich und ich hoffe ihr freut euch auch auf ein neues Video dann mal auf geht's so Bataillon Storko ist in Osnabrück angekommen unweit des Stadions entfernt konnten wir parken aber ein bisschen Fußmarsch ist noch zu machen die Jungs sind naja müde würde ich jetzt nicht sagen seid ihr bereit für das Spiel gut was tippt da Osnabrück gegen Aue 2 1 Osnabrück los tipprunde so wie in Dresden Luca was hast du keine Ahnung Julian 2-0 vielleicht für Osnabrück Jack wie ist es aus 4-0 Osnabrück Pepser 2-1 Osnabrück und Linus 3-0 also alle für Osnabrück so wie es sein muss so und jetzt hier erstmal ein Stadion 3-0 also alle für Osnabrück und Simon 3-0 also alle für Osnabrück und Linus 3-0 auch alle für Osnabrück und Leid Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Le 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 Wir laufen mit der Nummer 9, Ehring! 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 Das bedeutet, wir haben einen neuen Spielstart aus Stahlberg! Eil! Eil! Juh! Danke! Bitte! Und dann auf ein herrliches, hervorragend! Ehring! 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 Wie eine große Herausforderung, Untertitel für funk, 2017 promised sie die aid die Spielstatt 1 zu 1, Totschaftsherrkund 19, Herzbeleinau, Rheinland Nummer 10, Dmitri Nawarov. Rheinland Nummer 10, Dmitri Achselschwein. Dmitri Zerrugt da hinten alles. Halbzeitpause an der Bremer Brücke, es steht 1-1, den Torjubel habt ihr gesehen von Ihnen Engelhardt, abstaubert um 1-0, danach hat der FC Erzgebirge ein bisschen gebraucht und dann hat man das Ding aus dem Klamotten geschüttelt, aber es ist ein großweiliges Spiel, es macht Spaß zu schauen, mal gucken, wann ihr da zu wenig Halbzeit noch mal geht. 3,50 Euro kann man hier überall die tägliche Hede lassen, schönere Deck-Referaten, 4,50 Euro kostet die Cola, 10 Euro Pfand, Gastro-Test bestanden, wir schauen mal hier kurz ruf, unter anderem die Korrels mit Mario, Marvin befindet diese natürlich als lecker. Exzellent. Exzellent. Es steht mittlerweile ein Schweinzeug für die Korrel aus der Brücke abgefälscht dabei von Lukas Kutze, danach hat UL Niema noch die Möglichkeit gehabt, konkret reingelaufen, aber der Schuss zu schwach, den konnte Martin Mendels locker parieren, jetzt sofort El Wiener. In der Box, ich meine. Ein Problem. Der Violet Crew ist richtig gut, könnte auch den Block hier ab und zu mal mit reinnehmen, das stimmt sich nicht unbedingt, ohne dass sie auf die Ecke liegt. Wir machen das gleich nochmal. Aber Spielaufbau, würde ich sagen, jetzt gespielt 65 Minuten für der Formersel im heimischen Alltag gegen den FC Nürnke Aue. Wir machen das gleich nochmal. Die Zuschauerzahlen am heutigen Mittag, der Vorgelster befindet sich heute bei 12.827 Zuschauern. Die letzten, die letzte Minuten haben wir alles gegeben, dann wird für die nächsten Die nächste Zeit läuft an der Bremer Brücke, Park Heider, Fußball-Gott, die sind hier, Gott auf 3-1 erhöht, die Ernstgebötler sind geschahen, die letzten Zuckungen, die ihr spielt, jetzt gibt es noch mal eine herbe Karte, die letzten Zuckungen, die ihr spielt, laufen, Die Vorgelster wird angestimmt. 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 Jetzt ist das Spiel vorbei. Der Foulball aus der Rückmeldung geht 3 zu 1. Und jetzt wird es richtig gefeuert. So liebe Fußballfreunde, ich hoffe, mein Video aus Osnabrögen kann euch gefallen. Bleibt mir hier oben, lasst mir da oben da und wir sehen uns bald wieder. Bei meinem nächsten Video auf meinem YouTube-Channel. Ciao, bye-bye, habt euch, euer Pepster.